Verdamme, ich sitze fest. Jack, versuchen Sie nach oben zu gelangen. Vom Oberdeck aus sollten Sie Zugriff auf ein Boot haben. Halten Sie im Flugzeugträger Ausschau nach Val. Wir müssen unbedingt wissen, wo Sie sie hinbringen. Hast du was gesehen? Mist! Was war das? Oh Mann! 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 Hören Sie, Jack? Ich tue mein Bestes und sie und ihre Gegner... Siehst du was? Da drauf! Sie sind so gut wie auf sich allein gestellt. Na, wenn das nicht eine gute Nachricht ist. Siehst du was? Team Beta, bitte melden Sie sich auf Deck 3. Team Beta, bitte melden Sie sich auf Deck 3. Was ist schon, Heide? An alle. Jegliche verdächtige Aktivitäten sind von Ihnen unverzüglich ihre... Ah, du bist... Einheit im Anflug. Team Delta, melden Sie sich auf dem Flugdeck. An alle Einheiten. Dies ist ein Hinweis zur allgemeinen Hygiene. Verzehren Sie keine Speisen oder Getränke, die längere Zeit der Sonneneinwirkung ausgesetzt waren. An alle Reparaturmannschaften. Es nähern sich beschädigte Fahrzeuge. Bereiten Sie sich darauf vor, sie in Empfang zu nehmen und mit den Wartungsarbeiten zu beginnen. Haben Sie Wahl gesehen? Nein. Es sei denn, sie hat sich als Söldner verkleidet und versucht, mich umzu... Es ist alles okay. Bin an einem Plan. Es ist zur Hölle. Ist alles okay? Ah! Wir werden angegriffen. Ich glaube, er sucht nach der Frau. Tja, die wird er nicht finden. Wir bringen sie in den Bunkern. Frau Rinde. Dann sind wir wohl auf uns allein gestellt. Kein Lebenszeichen von Val, aber ich habe ihre Kamera gefunden. Außerdem gibt es dann noch eine Akte von einem Typ namens Krieger. Dieses Archipel eignet sich ideal für meine Forschungen. Die Inseln liegen weit ab der internationalen Schifffahrtsrouten. Hier kann ich meine Arbeiten durchführen, ohne von der Außenwelt gestört zu werden. Es wird nicht einfach. Aber die Zukunft der Menschheit hängt vom Erfolg meiner Forschungen ab. Es wird mir gelingen. Sie bringen Val zu einem Ort, den Sie Bunker nennen. Sagt Ihnen das was? Ja, holen Sie ein Boot und wir treffen uns. Schon auf dem Weg. Siehst du was? Achtung an allen! Auf dem Gelände befindet sich ein... Was war das? Was zur Hölle! Das ist der Alarmzustand für alle Posten. Dies ist ein Code-Delta-Alarm. Was zur Hölle! Das ist ein Code-Delta-Alarm. Hey, wer ist da? Ist das okay? Wir haben ihn! Schnappt ihn! Dir zeig ich, wer der Stärkere ist! Du bist drüben! Hier ist es! Schnappt sie euch zurück! Du bist am Ende! Ah! Ah! Okay, ich habe ein Boot. Was nun? Unsere letzte Chance besteht darin, das Kommunikationsnetz zu unterbrechen. In dem darauffolgenden Chaos können Sie dann fliehen. Um das Netz zu unterbrechen, müssen Sie nach Kavatu. Fahren Sie nach Osten und halten Sie nach... Was war das? Wir werden angegriffen. Ich glaube, er sucht nach der Fall. Tja, die wird er nicht finden. Wir bringen Sie den Bunker um Ende. Dann sind wir wohl auf uns allein gestellt. Hast du was gesehen? Keine Ahnung, was das Lippen da war. Ah! So! 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 Okay, ich habe ein Wohl. Was nun? Unsere einzige Chance besteht darin, das Kommunikationsnetz zu verbrechen. In dem Darauffall der Chaos können Sie dann fliehen. Das Netz zu verbrechen müssen Sie nach Kabatom. Fahren Sie nach Osten und halten Sie nach Kabatom. Und schau.